Kann ich helfen? Ja, durchaus, das können Sie. Ich möchte ein schreckliches Verbrechen anzeigen. Und was für ein schreckliches Verbrechen? Das hier. Ah, shit, ich hab das ja ganz falsch erzählt. Kurze Geschichtsstunde. Alles fing an, nachdem der Joker und ich uns getrennt hatten. Wir beide waren uns da total einig. Und schon bald war ich wieder auf den Beinen. Bereit, die furchtlose Göttin in mir anzunehmen. It's all so quiet. Jetzt, da Mr. J und ich getrennt sind, kriege ich erst mit, wie viele Leute mich tot sehen wollen. Und ganz oben auf der Liste steht der hier. Aber wie sich zeigt, bin ich nicht die einzige Lady in Gotham, die nach Emanzipation strebt. Da ist hinter uns ein Herr. Die Kleine hat ihn beklaut. Du hast ihn verraten. Du hast seinen besten Freund umgelegt. Was? Du bist so cool. Und du bist so dämlich und ermittelst gegen ihn. Wenn wir also nicht alle sehr unangenehm sterben wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Na klar. Ja. Psychologisch gesehen bringt uns Rache nur sehr selten die Katharsis, auf die wir hoffen. Ja. Sind wir dann so weit? Oh, scheiße. Ist das eine Hyäne in der Banne-Wanne? Ich hab ihn Bruce genannt, wie dieses White-Wan-Wan-Wan-Wan-Wan-Wan-Wan-Wan-Wan. Ich hab ein bisschen Wanne-Schnittchen. SCHXCHCHCHCHH